Hallöchen, warum spreche ich auf einmal so leise? Warum? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Sollten wir aufhören? Nein. Gut? Oh, guck, jetzt arbeitet er. Dynamite! Wie geht's? Ich hoffe, der Winter nicht zu hart war. Insofern, ich schreibe dich um etwas Haltes Holz. Ich brauche ca. 10 Stück, wenn du es hast. Wenn nicht, keine Sorgen. Take care, Robin. Wie viel Hardwood hast du dir gerade eben bezahlt? 100? Die kriegt auch nicht genug, oder? Ich meine, äh, hallo? Sie kann nicht genug. Warum schmeißt die Fackeln eigentlich da draußen rein? Keine Ahnung. Weil sie es sich anbietet? Nein. Blödi di 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 di. Hm... Klunk! Wie lange brauchst du noch? Be patient, ich habe immer noch viel Arbeit zu tun. Okay. Na ja. Das kommt auf mich, wenn man dringelt, höh? Kann ich das da reinschmeißen? Äh, probier's mal. Ja. Jo. Perfekt. Jetzt hast du jetzt einfach alles vernichtet. Das war der Heumülleimer. Ja, genau. Servus. Ich kann's kaum erwarten, bis ich eigentlich Ziegenmilch... Ehrlich? Ist doch ja scheißernst. Nein, ich melke euch jetzt. Nein, Ziegenmilch, ja. Weiter. Ja, ich kann's kaum erwarten, bis ich Ziegenmilch machen kann. Und dann? Mehr Kohle. Äh, 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 äh. Kann ich schon Ziegenmilch machen? Nee. Nein, das sind Babys. Du kannst keinen Babys zapfen. Doch, nein. Oh, zopfdisch. Oh, eine große Milch. Brauchst du dich noch nie, oder? Alter. Noch eine große Milch. Alter, sind das Viecher hier. Mordsrindviecher. Mordsrindviecher. Mordsrindviecher, alter. Schwimm, 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 schwimm. Oh, das müsste reichen jetzt erst mal. Das passt. Sollte man gerade so über den Winter kommen? Nächster Winter muss ich nicht mal heu kaufen. Was ist Katze? Hä? Willst du regen mich auf? Katze so meu. Oh, oh, oh. Oh, oh. War's das? Vielleicht. Lame. Gib mir mal das da. Was gibt's denn eigentlich als Belohnung? Wollen wir mal eine verbotene Wald? Ja, geht doch kurz. Mau. Flop, 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 flop. Hm. Und morgen kann ich meinen Gaul nehmen dafür. Morgen? Ich geh einfach mal davon aus, dass die morgen fertig ist. Na. Ich geh einfach mal davon aus, dass die morgen fertig ist. Nein, dann geh besser nicht davon aus, denn du liegst falsch. Nein. Oh, da, unser Dealer. Hallo. Das ist ein Schwein, alter. Das ist ein coole Schwein. Oh, oh, oh. Warte mal, Barsan, Pufferfisch. Brauchst du Pufferfisch, nee, oder? Nee. Hauspflanze. Tulip. Nee, Hausplan. Nee. Brauche ich nicht. Ist das der, der mir noch fehlt? Nee. Nee, glaube ich nicht. Das würde mich wundern. Largemouth Bass. Äh, halt. Largemouth Bass. Hm, nope. Walle. Walle. Da hast du schon. Sturgrö. Ja. Sturgrö. Was? Sturgrö. Wollen wir beim Zauberer nachgucken. Äh, vorbeischauen nachher. Hä? Oh, da. Oh, da. Würmle, Würmle. Oh, mit der Stäule. Hä? Hä? Wollen wir da runter? Was? Seit wann kann man da runter? Tatsache. Da musst du ein Update gegeben haben. Äh. Ähm, vermutlich da weiter links. Nein, ich häng fest. Nein, du musst einfach den Weg raus wiederfinden. Das ist bestimmt so ein geheimer Weg, wo du dich durchschlängeln musst. Ich kann nicht nach geradeaus. Ich kann nicht nach links. Ich kann nicht nach rechts. Äh. Pack mal Holz. Oh, ja. Okay, doch. Da kommst du bestimmt runter. Du musst bloß wissen, wie du laufen musst. Gute Frage. Probier's noch mal. Ein Stück links, ein Stück rechts, ein Stück runter. Hoch, links, runter, links, rechts, hoch, runter. Äh. Ah, und geschafft. Du kommst hier nie wieder raus. Du wirst hier sterben. Und das Ganze für vier Hartwut. Wow. Geh? Aber da kommst du bestimmt oben wieder raus. Also da vorne. Und da vorne. Und da kommt der Geiler. Gibt's auch noch mal raus. Ach nee. Das ist der Standard. Oh. Ja. Das war einfach. Guck dir das an, Alter. Wie das geht. Klonke die Klonk. Klonke die Klonk. Klonk. Weiter geht's nicht. Das ist alles Standard. Das ist alles Standard. Ja da. Hat sich bei den Buddha was getan? Flop, flop, flop. Halt Master Ganolli, still searching for the sweetest taste. The sweetest taste? Eine Erdbeere? Oder so ein Baumsaft? Vielleicht. Keine Ahnung. Das wär lustig, ja. Wenn man dem was gibt, dann läuft er davon. Huuuuhu. Gewunden. Ibi, ibi, ibi. I'm free. Zwölf. Ah ja. Cool. Quest erledigt. So einfach geht's, Gettel. Ja doch, das war jetzt echt easy. Ja, mal zum Zamban oder ohne. Denk dran, Robin ist noch mehr so lange da. Na und dann geht's auch heim. Na und dann? Willst du ein Bett? Besuchst du in ihrem Schlafzimmer. Ich hab da übrigens noch das Holz. Ich habe das Holz. Und dann sagt sie, uuuh. Hi, Wizard. I sometimes observe the local villagers in secret. Das sagt einem local villager. I am hoping to find an apprentice. Someday I will leave this mortal plane. But my arcane pursuits must continue. Ich salade? Many thanks. This item has some very interesting properties. Magt er mich eigentlich? Wizard? Nee. Wizard. 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 Gehen wir zur Maus? Nee, gehen wir nicht. Willst du wissen, warum wir da nicht noch gehen? Hm? Ist voll beschissig. Ah. Aber, aber. Die Maus. Oh, da. Sogar ein Fisch dran. Perch. Mama, braucht man nicht einen Perch? Nein. Are you fucking sure? Ja. But are you fucking sure? Ja. Perrperr. Blululululup. Oh, 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 oh. This will be perfekt. Und versaut. Exzellent. Fucking perfekt. Perch. Perch. Willst du einen Perch kaufen? Jetzt kannst du dir glaube ich nichts verkaufen. Ciao. Hast du gesehen? Sehr gut. Jetzt geh ich hoch und gibst das Hals erstmal ab. Und vielleicht tue ich noch ein bisschen Holzfällerli. Oh, 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 oh. Warum nicht? Was hast du gegen Holzfällerli? Das hast du das ganze Jahr nicht gemacht. Holzfällerli? Ja. Nee. Das ganze Jahr hast du nicht gemacht. Und jetzt zum Ende. Willst du die Zeit mit sowas Nutzlosen verspenden? Nein. Ah, doch. Nein. Ah, doch. Guck lieber nach deinem Kloof. Mach jetzt. Oh, crap pots. Oh. Hey, du. Haber, haber, haber. Oh, du hast es gebracht. Ich weiß, ich kann immer auf dich, Dynamite. Herz. Hm, dieses Wood ist perfekt. Es ist tatsächlich, was ich brauche. Exakt, was ich brauche. Fungs. Okay. Ist da, nein. Schau in dein Journal. Was? Schau in dein Journal. Was soll ich fangen? In dein Journal gucken. Ich mein, was? Doch, deine Quests. Achso. Ich mein Journal. In dein Journal. Sag das doch. So oder sowas ähnliches hatte ich auch gesagt. Wow. 500 G. Das ist, äh, wow. Das ist einfach, wow. Ich weiß gar nicht, wow. Was ich wow, dazu wow, sagen soll. Wow. 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 Einfach nur. Hättest du es halt so verkauft, hättest du wahrscheinlich mehr bekommen. Wahrscheinlich eins. Hehehe. Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Flop. Didi-di-di-di-di-di-di-di. Huah. Ich kriege einen Haufen Mixiets. Kann man gleich mal abpflanzen. Und dann? Nichts. Ist schon abpflanzen. Dann wachsen sie. Obpflanzt dich? Ah da... Hmm... Ein Haufen Krab... Krab... Puls... Weil ein Krab drin ist... Hier in den Potz! Flop... 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 Ja... 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 Mir fehlt noch einen Nightfish... Jahm... Ja... Ja... Cool! Aber wann gibts einen Nightfish? Wenn's dunkel ist. Es ist dunkel. Also müsste es auch Night Fischs geben. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist ein Flitzfisch, den kriegst du niemals. Alter, wie? Ja, wenn du halt mal ne gescheite Angel kaufen würdest. Die macht doch nix, oder? Hm? Einfach nur, dass die schneller beißen. Nein, du kannst auch so Köder ranmachen, damit die langsamer werden. Ah! Verdammt! Du hast doch sogar so Köder. Ja, hab ich. Perch, Perch. Maximum! Jetzt kommt der maximale Fisch bei raus. Oh, da! Komm, Fischi, 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 Fischi! Excellent! Bulle! Bullenkopf! Bullenkopf! Bullenkopf Fisch! Bullenkopf Fisch! Ich glaube, jetzt wird gleich Nacht. Noi! Hanoi! Mensch, Kalle! Hoi! Hoi, Kalle! A Seidenbacher Greenalg! Greenalge vom Seidenbacher! Mensch, Gott sei Dank, henn mir die Greenalge vom Seidenbacher gefischt! Seidenbacher! Tötet mich! Tötet mich! Hm? Brr, Brr! Blulup! Oh! Oh, bist du ein Night Fisch? Bist du ein Night Fisch? Nein, weil es ist noch nicht Night! Oh! Oh! Perch! Perch! Vielleicht gibt's ja Night Fisch dann nicht in dieser Ecke. Ich weiß es ja nicht. What? Das war ein Flummifisch! Fuck! Magst du mir nicht forschen? Guck mal, jetzt ist gleich Nacht. Das sagst du schon die ganze Zeit. Eule. Das ist ein gutes Zeichen. War das eine Nachteule? Es war ein Nachtvogel. Es war ein Nachtvogel. Ein Rekord-Perch. Ein Rekord-Perch. Und er dachte sich auch so... Oh! Oh! Egal! Ich will eh nicht mehr leben! Los! Beende es! Ha! Ha! Maximum! So ein Arsch! Ha! Ich glaube ab elf ist das Nacht. Uuuuuuu! Uuuuuiuuu! Und er ist recht nichts gekommen! Brr, Brr! Ganz gleiche Alge! Bitter, wenn der Fisch nicht hoch will! Boah! So ein Gas! Wär da halt kein perfekter! Drop! Gibt keine perfekte Fische! Chup-chuuu! Und... Huuuuu! Huuu! Ehrlich jetzt? Dann scheisse ernst! ... ... Und ne mal in der Nähe von Max! Ich habe ja auch dich angeguckt! Ahhhh! Geil. Geil. Jetzt ist Nacht. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, aber... Ich meine, das reicht gerade noch, um einmal die Angel auszuwerfen. Los, fang ihn dir. Los. Ah, jetzt rollt. Einmal noch. It's getting late in here. You never kill me alive. Scheißspiel. Das ist so schlechter Angler. Kauf dir eine gescheite Angel, kauf dir Packscheide, äh, Angelhaken und dann probieren wir es noch mal. Ei, Alter. What the fuck? 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 Krokus Party. Nice. Sag mal. Das ist meine Entschädigung. Ehrlich? Alter, die ist immer noch am Schrauben. Mensch, Kali. Die schafft durch. Ah, die aber. Sag mal. Ach so, da le... La, di, 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 di... Ne, 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 ja. Ja, 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 ja. Hm. Ne, 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 ne. Ich brauche nur noch einen Kloof, alter. Upp, upp. Na? So. Morgen geht's richtig ab, würde ich sagen. Meinst du? Aber warum geht's morgen so richtig ab? Aber warum? Weißt du, Dede? Was denn? Morgen kriegen wir unser viertes Kloof. Un Klo? Un Kloof, ja. Un unser nächstes Klo. Und unser Ding ist fertig. Ja. Oh, hundertprozentig. Ein neues Klo, yeah. Wenn wir aufwachen, haben wir ein Pony. Nein? Oh, natürlich. Also gut. Gut. Sag mal tschüss. Dann bis, ja, zur nächsten Folge. Ausnahmsweise. Ja. Bis dann. Tschüss. Ausnahmsweise. 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 Ausnahmsweise.